Warum habe ich keinen Sound? Ersten erst machen. Oh, jetzt! Oh mein Gott, ich habe Sound. Entschuldigung. Hallo und herzlich willkommen zurück zu PokéMMO mit mir, dem Sally Will und natürlich auch die liebe Niggitron. Hallöchen. Und der süße Zinni. Ein ziniastischer guten Abend. Oder guten Tag. So, wir waren ja eigentlich dabei gewesen, hier einmal alles so durchzukämpfen. Guck, der hat einen Master Chief Helm. Seht ihr das? Ein was? Ich bin im Fight. Ich bin im Fight. Ihr habt den ersten Fight gemacht. Warum habe ich keinen Sound? Ersten erst machen. Oh, jetzt! Oh mein Gott, ich habe Sound. Entschuldigung. Da fehlt irgendwas. Auf geht's, Kamala! Okay. Oh, Bi! Ach stimmt, wir wollten uns ja irgendwie auch hochziehen, ein bisschen. Ähm, ich... Ja, Leben so, da bringt nichts. Tackle denn halt? Tackle? Liegt das jetzt an mir oder leckt hier irgendjemand gerade gewaltig? Ich hatte eben das Gefühl, bei dir gehabt gerade. Ja, ich lecker mich wirklich. Also, ich höre euch auch klar. Ach, ne... Ja, super. Mein kleineschlein ist tot. Telekom macht wieder Faxen. Dabei ist Faxen so out. Ja, aber echt, ey, ne? Hey, heute Nacht, äh, habe ich, habe ich, äh, Dings, äh, Pokémon angeguckt über Netflix, halt auf meinem Handy. Und dann plötzlich, ja, schaltet sich der Router einfach neu an. Ja. Einfach so. Das hatte ich heute Morgen um vier. Ja, bei mir war es gest... Das ist das auch einmal in der Woche heute. Um kurz vor halb, äh, halb zwölf war es bei mir. Also, so lange wie gestern war ich lustigerweise auch schon lange mal nicht mehr wach. Keine Ahnung, bis kurz vor fünf oder so, zwanzig vor fünf oder keine Ahnung. Ja, bin ich am Wochenende, aber öfters mal. Ja, ich nicht. Ich brauche meinen Schlaf. Ja, ich ja auch. Dann schlafe ich halt einfach den ganzen Morgen. Ja, du. Ja, ich. Wie gesagt, ne, also, wenn du denn mal hier expandieren solltest, ich bin die Erste. Dich als Chef wäre voll perfekt. Hätte ich voll Bock zu. Ich bin auch eigentlich als Netz. Ich schreibe mal kurz im TS nochmal nach. Ich schrei nochmal nach im TS-Sitz. User disconnected from your channel. Okay. Meinte, dann wird es besser werden. Ich hab keine Ahnung, ich weiß es gar nicht. Ey, der schickt hier alle ins Rennen gegen meinen Kleinstein und ich schaue dem die ganze Zeit mit Hackel hier auf. Ehrlich, mein Kleinstein ist sofort gestorben eben gerade. Ich muss erst mal gleich einmal wieder zurück. Zum Glück habe ich nochmal einen Gutexel. Die ziehen meinem Kleinstein irgendwie gar nichts ab. Auf was für einen Level hast du, du Kleinstein? Ich hab also ihn hier auf sieben. Auf sieben? Ey, das gibt's doch nicht. Hattest du hier Taubsi schon? Ne. Achso, ja gut. Die Pflanzen-Pokémon, ja, das ist ein Witz. So, Hallöchen. Willkommen im Pokémon-Center. Wir heilen deine Pokémon und machen sie wieder fett. Möchtest du das? Ja, bitte. Klar, gerne ein Pokémon und sind wieder kaputt. Oh, ich glaube jetzt zur Zeit so oft Sodbrennen, ne, wenn wir jetzt mal hier so ein Thema vielleicht haben wollen. Oh, ich hab keine Ahnung. Blutbrennen, Magendruck, volle Gefühle. Renny räumt den Magen auf. Ne, weiß ich nicht, irgendwie auch ganz ekelhaft. Keine Ahnung, jeden Tag, das geht irgendwie nicht weg und ich bin jetzt der Zeit immer an Vanillemilch trinken müssen, geht nicht mehr, weil das im Moment irgendwie das Einzige ist, was mir ein bisschen hilft. Ich hab mir da beim DM so Tabletten geholt, die helfen ganz gut. Lutzt man dann so? Ja, die lutscht man halt so und dann wird's besser. Hm. Muss mir mal nachher sagen, wie die heißen. Ja, gerne. Wenn die helfen auf jeden Fall, weil die Tabletten hier von der Apotheke dagegen sind scheiße teuer. Ja, die da so kosten fast nix und sind halt, ja. Pflanzlich? Irgendwie, wie nennt man das denn? Ja, pflanzlich, genau. Das ist irgendwie Salz oder sowas. Okay, ja, Kaiser Nahtraum hilft ja auch dagegen, ne? Ja. Echt, ich krieg kein Vieh hier, bleibt mir mal kleinstehen, das stirbt die ganze Zeit mir weg hier. Wenn du äußerst hier kriegt, dann kriegt ihr sogar Gesundheits-Tipps, ne? Ich frag mich ja gerade hier, wo der Herr von uns zu ist. Spielt ihr überhaupt? Gerade, ich weiß jetzt, ehrlich gesagt, gar nicht für das. Also. Na, guck mal, wer mit dem Teufel spricht. Mir ist gerade aufgefallen, dass ich vergessen hab, Zeit zu stoppen. Oh. Ja, also wir haben ja vielleicht zwei, drei Minuten jetzt erst, ne? Ja, weiß ich gar nicht. 40 oder so. Geht wieder alles? Ich kann euch wieder gut hören, ja. Okay, super. Keine Ahnung, was jetzt los. Lieb, Leute, ich weiß gerade nicht, was ich sonst hier machen soll, dass da ist, ein bisschen langweilig. Ich weiß, aber ich kann nur die eine Attacke machen. Kann nur Teckel machen. Gebt der Kleinstein immer noch? Ernsthaft? Ja. Oh, ich glaub schon das zweite Mal zum Pokémon Center. Zinni hat einen Kleinstein. Hm. Ja, ich doch auch. Den hatten wir uns doch hier in der Höhle gefangen. Ach, das stimmt. Ich kann ja auch rennen. Ja, da wo du hier auf dem Weg gewesen bist und deinen Karpador-Feder gekauft hattest. Lieb, und euch ist vielleicht auch gefallen und den Zuschauern auch schon, ich bin halt nicht so fit in Pokémon-Spielen. Ihr könnt mir da gerne unter die Arme greifen, wenn irgendwas ist, ne? Ja, wir hätten die gerne. Ich greif dir gerne unter die Arme. Aber nur unter die Arme. Nicht zwischen die Beine, bitte. Oh ja, jetzt geht's hier los, oder was? So, dann würde ich sagen, mach mal ab jetzt noch 15 Minuten. 16. So. 16 bis 47. Quatsch. Hä, keine Ahnung. Ich bin... Ja. Ich möchte gerade nicht rechnen. Ich hab einfach meinen Timer eingestellt und der ist einfach nicht auf 15 gesprungen, sondern auf 16. Dann hab ich gesagt 16. Na, ob ich die Katschen die Platz kriege? Keine Ahnung. Nidoran. Lekrotexo ist tot. Ehrlich? Mhm. Leute. Krabador, du machst das. Krabador schafft alles. Krabador, Platzsch... Und der Roter? Saure Kirsche, super. Oh, das ist echt geil. Ne, ich hab hier ein Energy-Border. Komm schön. Mach Tee, du denkst. Ich hab Wasser. Nein, es hat mein Pikachu getötet. Mein Pikachu hat auch nicht mehr viel zum Lachen. Ganz ehrlich. So, ich hab's jetzt mit dem Lachen so. Feuer, Attacke und Go, tötet es, danke. Jetzt bin ich vergebnet. Na toll. Gegner, Nidoran. Bluthex erhält 200. WP. Wie viel? Wow. Äh. Ich benutze mal Drachenwut. Mal gucken vorsichtshalber, dann bin ich gleich wieder, das vierte Mal oder so zu meinen... Wow, okay. Och, retten, lass doch das Scheiß und Tschüss. So, yay, wir haben Spieler, äh, also diese Kyrie hier gerade besiegt. Och, danke Pikachu. Eiskalt erwischt. Wir heilen deine Pokémon und machen sie wieder fit. Ja, bitte. Okay, nehme deine Pokémon. Da komm ich jetzt auch hin. Äh, ne, 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 ne. Okay, gut. Hatten wir eigentlich jetzt hier schon irgendwie, äh, geguckt gehabt, wie das aussieht, ähm, ob wir hier irgendwelche TMs oder sowas bekommen? Waren wir schon irgendwie im Haus drin oder nö, ne? Ich war schon. Deine sieht ja auch so ein bisschen wie Mario. Bloß anders. Damit sie schnell bewegt. Sieht aus, als wäre dieser eine dicke Strich die Nase von ihm. Sieht genauso aus, nur anders. Ja. Ist doch voll logisch, oder nicht? Och, scheiße, jetzt hab ich hier. Ja, dann muss ich ja wechseln. So, hier der letzte. Ne, vor... Mach mal Raubi gegen Raubi. Das ist doch super. Ach stimmt, du hast ja auch einen Raubi, ne? Ja. Och, du bist ja immer noch beim Ersten. Ja, das ist... Ich probier das ein bisschen. Das ist Wahnsinn auf jeden Fall, dass hier dein Kleinstein so lange überlebt hat. Ja, Mankey 18. Läuft. Gere Una. Gere Una. Una... Oh Gott, ich glaube, ich stirb gleich. Nein, mein Kleinstein! Okay, Robi ist jetzt gleich hinüber. Okay, dann probieren wir erstmal einmal Pikachu aus. Pikachu, komm, ich glaube an dich. Äh, hier, mach Attacago, Donnerschlag und so. Er ist jetzt gereimt. Okay, gegen Pflanzen ist Pikachu, glaube ich, auch nicht so gut, oder? Ja. Nein. Oh, böse, 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 böse... Eigentlich gar nicht. Pikachu ist eigentlich voll einfach so ein... So ein Muss-Pokémon, keine Ahnung, kann ich so wirklich viel, ist gut. Gegen Wasser und Vogel ist gut. Ja, Wasser, genau. Oh nein, bitte nicht. Oh, okay, Piu. Piu, 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 Piu. Rasserei, los, Glutexo. Ja, sehr schön. Ich bin stolz auf dich. Nein, Kabator. Och. Und das war zu viel zu bieten. Ich bin jetzt voll so Millionär und so, ich hab schon 3.000... 3.574 Dollar. 2.728. Weil ich mir... 1.800 irgendwas. Warum hast du so wenig? Ich hab mir noch einen Kabator gekauft. Weiß ich nicht. Ah, hast du bestimmt Supertrank oder sowas noch geholt, ne? Achso, ja, ich hab mir Tränke geholt, ja. Ich hab mir derzeit wieder vorbei. Boah, da hab ich den ersten auch mal besiegt. Yay, oh mein Gott. Ich bin so stolz auf dich. Jetzt geh ich auch schnell noch heilen. Ich komm jetzt zum Letzten. Da bin ich schon fertig. Ah, ihr seid doch das Letzte. Ja, das weiß ich. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Oh, Zinni, hi. Du bist alle fünf Trainer besiegt. Du hast einen großartigen Preis gewonnen, ne? Bestimmt gegen ihn kämpfen. Oh, nee. Wow, ich hab einen Nugget. Willst du auch Mitglied des Team Rocket werden? Jetzt wenn ich nachher noch das Nugget kriege und Zinni das Nugget, dann können wir irgendwie tauschen, sodass irgendeiner von uns alle drei Nuggets hat und dann verkauft man die Nuggets, dann kann man ein Team machen. Team Nugget. Ja, das wäre doch eine gute Idee. Ich weiß halt bloß noch nicht, wie man tauscht. Ja, das kannst du so eine Option mit, also wenn du auf einen Tibi draufklickst, geht das eigentlich. Bei Handeln, oder? Ich bin die Nummer zwei. Was? Ich bin das erst bei zwei, ehrlich? Ja, ich klär das gerade. Okay, gut. Geht ganz schnell. Zinni klärt. Läuft bei ihm. Mhm. Ach, komm. Was macht denn Walzer? Walzer, komm, Walzer, machen wir Walzer. Jawohl. Okay, mein Clash kommt nicht mehr zum Walzer. Walzer? Ja, hier, Donnerchock. Hey, ich kann vor Walzer tanzen. Du kannst Walzer tanzen? Aha. Oh mein Gott. Ich kann das nicht. Den Wiener Walzer, den normalen Walzer, den Cha-Cha-Cha kann ich tanzen, den Foxtrot kann ich tanzen, den Disco-Fox kann ich tanzen. Oh je. Zinni, was kannst du? Sag bitte nichts. Denn fühle ich mich nicht alleine nur so schrecklich. Ich kann den in der Disco stehen und Bier halten tanzen. Ach, das kann ich auch. Das ist auch sehr cool. Sehr cool. In der Disco Bier? Da muss doch ein Whisky her. Äh, ehrlich? Ja, in welchen Discos bist du denn? Weißt du, wie viel Whisky in der Disco kostet? Ich weiß. Außerdem finde ich Whisky allgemein voll ekelhaft. Whisky ist super lecker. Ehrlich? Ey. Richtig geil. Nee, nee, gar nicht. Ich muss immer ein Bild von meiner Whisky-Sammlung schicken. Ja, damit hier kannst du meinen Freund gerne mitzubombardieren. Der ist auch so ein Whisky-Fanatiker. Okay. Ich mag das Zeug gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie man es trinken kann. Keine Ahnung, aber da seid irgendwie ihr Männer irgendwie alle gleich. Mein Papa ist genauso. Wir wissen, was gut ist. Whisky und eine Zigarre und dann läuft die Sache. So, zwei habe ich auch mal weggehauen. Aber wenn denn auch nur mit dem Anzug, ne? Ich geh mal kurz mit Pikachu. Aber hallo. Ja, gut. Wenn schon, dann schon. Wenn, dann richtig. So, ich geh gleich erstmal nochmal zum Pokémon-Shop. Und werd mir mal ein paar Poké-Bälle holen, weil, liebe Zinni, brauch ich ja noch ein bisschen. Und mal gucken, vielleicht find ich ein schönes Pokémon, was ich haben möchte. Warte mal schnell. Dann könnten wir nämlich eigentlich kurz tauschen, dass du das... Nee, das ist meins. Du läufst bestimmt damit weg. Nein, du kriegst es wieder zurück. Ich tausche dir mal ins Rieber, dass du mein Nugget kriegst. Und dann tauschen wir wieder weg. Keine Ahnung. Also... Keine Ahnung oder keine Angst, was würdest du jetzt sagen? Keine Ahnung. Hallo, wie kann ich dir wieder sagen? Ich möchte Poké-Bälle kaufen, bitte. Eine Dose Pommes, bitte. Eine Dose Pommes. Oh, Zinni, grad was ich vor kurzem gesehen hab. Ja? Burger aus der Dose. Oh je. Das ist doch ekelhaft. Ich kann's mir auch nicht gut vorstellen. Also ich kenn Curry, also hab ich auch noch nicht gegessen, aber es gibt eine Currywurst auch aus der Dose. Das hab ich schon gegessen. Und tiefgefrorene Hot Dogs. Das ist jetzt nicht... Halt! 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 Hä? Handeln. Ah, perfekt. Handeln, angeben. Okay, was kann ich jetzt... Items! Hier, ich kann da... Jetzt mach bitte weg. Jawohl. Ich kann dir Geld geben. Ja, gib mir denn ganzes Geld. Ja, warte, verkau... Warte, wir müssen nochmal einmal kurz... Handeln nochmal mit mir, bitte. Handeln. Handeln annehmen. Und dann hab ich jetzt rechts meinen Rucksack geöffnet und von da könnte ich doch den Nugget eigentlich reinziehen. Pass auf. Nee, okay, ich bin unlogisch. Ah, das... Rucksack? Achso, das ist der Fossil, okay. Was ist das? Karte? Wo ist denn der Nugget? Beleber? Da. Das ist so ein... Zieh ich rein? Ja, siehst du, passt. Na, guck mal, wie schlau ich bin. Kannst du's reinziehen? Ja. Okay, warte, ich geb dir mal ein Nugget. Okay, und jetzt hier eigentlich die Liste schließen, ne? Ja, du musst dein Nugget drin lassen. Äh, rausholen. Warum? Achso. Ja, weil ich dir mal ein Nugget geb. Okay, ich hab jetzt... Ich muss jetzt hier einfach kurz... Ah, sie muss mich nochmal zum Handeln einladen. Okay. Handel. Handel annehmen. Zack. Okay, lasst es schließen. Äh, tausch bestätigen. Ja. So, bitteschön. Jetzt bin ich voll reich. Jetzt kannst du deine zwei Nuggets verkaufen, dann hast du schon mit 10.000. Brauchen wir die nicht sonst für irgendwas anderes noch später in den Nugget? Rein theoretisch? Ne, Nuggets kannst du nur verkaufen. Hallo, wie kann ich dir beheblich sein? Ich möchte gerne einen Nugget verkaufen. Ich geh nur mal schnell rein. Was möchten sie verkaufen? Den Nugget. Zweimal. Verkaufen. Oh, ich kann mir ganz viele Pokémon-Bälle kaufen. Nein. Wie viel Geld hast du jetzt? Ich hab jetzt 12.854. Also mir fehlt noch 1.000 irgendwas. Dann hab ich die 15. 1.200 fehlt dir noch. Ja. Warte, bleib hier. Bleib hier, bleib hier. Ich geb dir die 1.200. Und dann guck ich mal, wie wir es mit dem Team machen. Mhm. Handeln annehmen. 1.200 waren's? Ja. Das könnte jetzt aber dauern. Ich hab jetzt auch wieder 2.600. Also es geht recht schnell in dem Geld. So, ich bin bei Nummer 5. So. Ach nee, jetzt hab ich 14.054. Okay, warte. Hey, komm, es ist später am Abend, ja? So, Handeln annehmen. Das dritte Mal. So, wie viel hast du 1.054? Ich hab 1.000, also 14.054 hab ich. Also mir würde rein theoretisch 946 fehlen. Hab ich richtig gerechnet? Ja. Dann hab ich genau 15.000. 950. Mal gucken, ob das passt. Ja, es passt. Ach, wie geil. So, mal gucken. Irgendwo war hier eine Schnelltaste gewesen. Genau, pass auf. Du bist aktuell in kein Team. Du möchtest ein Team gründen. Team Name, Team Tag. Okay, erzähl's mir. Wie wollen wir denn heißen? Yeah. Mir ist es egal. Mir ist es egal? Kann ich so nennen, ja? Entscheidet ihr 2. Ich nenn's, warte mal, Zinni Sal. Zinni Sal. Zinni Sal. Ja doch, passt. Team Tag? Nee. Keine Ahnung. Zinni, sag du was. Mir fällt da nix ein, gerade. Ich bin unkreativ. So, ich gründe jetzt einfach nur Team. Team Name ist Zinni Sal. Und Team Tag ist Keks. Ja, nein, vielleicht, wenn nicht, dann sagst du was dagegen. Nee, der Name ist ein bisschen komisch. Findest du? Ja. Find ich auch. Nee. Seid kreativ und erzählt was. Boah, ich bin so unkreativ. Alleine, ihr meckert über meinen Namen, den ich ausgesucht habe und habt keinen Plan, das... Ach, nein, ehrlich. Höhöh, Rasselbande. Nee, keine Ahnung. Wir können das ja, pass auf, Leute. Wir lassen das jetzt mal so, ich hab ja das Geld. Wir hören damit mal auf und fragen mal unsere Community, also von dem Zinni, von dem Zinni und halt auch von mir. Wir brauchen einen Teamnamen und einen Team Tag. Ihr könnt ja mal coole Ideen irgendwie unter dem Video schreiben, in den Kommentaren. Und dann, ja, mal gucken, was da so alles Schönes bei herauskommt, oder? Das wäre doch mal eine Idee. Finde ich eine gute Idee. Wir müssen ja jetzt nicht unbedingt diese Aufnahme-Session teamen. Nee, deswegen. Jetzt müssen wir nur aufpassen, dass mir keiner mehr Geld klaut. Hm. Dafür sind wir da. Okay, super. Wir beschützen dich. Zinni ist auch schon durch. Ja. Ich habe deine Vorstellung aus dem Gras, also hervorgebracht. Och, Kabadon, lern jetzt endlich mal eine scheiße Tage, bitte. Hm, hm, hm. Mann, Mann, Mann. Ja, bitte, bitte. Kleinstein. Da ist aber jemand krank. Ja, irgendwie, keine Ahnung, so ein bisschen. Oh je. Gut, der Winter is coming. Äh. Obwohl es eigentlich die letzten Tage doch relativ warm ist. Ich will mal behaupten, auch das wird unser letzter Kampf. So von der Zeit her, wenn ich jetzt mal gerade kurz aufrufen habe. Ja, ähm, eine Minute etwa haben wir noch. Ja, Mensch. Oha. Also. Bring dich an, Pikachu. Du weißt nicht, wie viel wir vorher aufgenommen haben. Ich habe ja erst später angefangen, aber ich würde es jetzt mal so behaupten. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß. Okay, what the fuck? Yay, Ratzfax besiegt. Oh, Pikachu wird 16 endlich hier bei mir. Yay. Pikachu erreicht Level 16. Kämpfer Kuno. Meins ist auch gerade 16 geworden. Oh je. Äh, Donnershop wieder. Mal gucken. Kämpfer Kuno. Oh, okay. Ich glaube, den Kleinstein hochzukriegen wird nicht sehr einfach. Hm, habe ich auch schon gemerkt. Oh, bitte töte nicht mein Pikachu. Oh, nö. Hey, habe ich nicht nur ein Sonderbonbon? Kampfe, Glug, Rachenbruch. Rucksack. Hm, Glug, das war ein. Sonderbonbon. Benutzen. Capador. Funktioniert das? Ja, dann kannst du ein Level hoch machen. Ach, ein Level. Aber es hat immer noch keiner Tugget gelernt. So, also ich bin durch. Wartet er mich hier so lange? Jetzt gibt es mir noch so schönes zu sehen. Oh, ein Pokéball. TM45 gefunden. Dun, 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 dun. Ich habe jetzt Angst, hier weiter zu laufen. Da ist doch bestimmt nicht irgendetwas. Nein, ich bleibe überwürdig. Oh, hat sie sich versteckt? Man müsste immer so, dann kriegt der wenigstens ein bisschen EP mit. Oh, hast du dich versteckt, Niki? Achso, ich bin, ja, ihr habt mir gerade richtig antwortet. Ich bin einfach wieder nach unten einmal zum Pokécenter gelaufen. Ah, okay. Ich muss meine Pokémon einmal wieder heilen. Seid ihr denn durch? Ich laufe dir entkicken. Ich komme dann gleich auch wieder hoch. Oh, ich... Ey. Ich vermisse ja irgendwie meine Freundin, ne? Deine Freundin? Ja. Die wir hier in der ersten Aufnahme hatten. Zinni wissen nicht mehr gut genug. Ja, ich merke es gerade. Das war halt ein Mädchen. So, sollen wir hier gerade... Ja, die bleiben hier stehen. Ja. Okay. Welche Dinger laufen denn jetzt zu uns? Dein Deal. Du bist dran. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war es dann schon mit der heutigen Folge. Und schaut doch gerne mal bei den anderen zwei vorbei. Link ist in der Beschreibung. Und da sage ich mal Tschüssi. Tschau, tschau. Ciao, ciao.